Die sehr schicke und doch so praktische Ford to Neo Kurier Titanium können schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 EcoBoost Benzinmotor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Schiebetüren links und rechts erleichtern den Einstieg. Hinten finden bequem drei Passagiere Platz. Schicke Leichtmetallräder unterstreichen den luxuriösen Charakter. Und denken Sie auf an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Überheizen voller Sitze bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Tourneo Kurier schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags und Nebellampen vorne. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein Bluetooth-Freisprecher vom Typ Sync 3. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Tourneo Kurier Titanium und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängern wir. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Ismann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitleben. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017